Hallo und herzlich willkommen bei den Lone Game Brothers, mein Name ist David und ja, ich weiß auch was meinen gefällt, äh, ich schweife ab, scheiße, ähm, so, ich äh, spiele jetzt hier gerade ein bisschen Far Cry 3 und ich dachte mir nämlich, ich habe hier schon lange kein Gameplay mehr gemacht und dann wird es ja mal wieder Zeit, dass es was kommt, so ein paar Videos, das letzte Video hier war so 2, 3 Monate alt, das glaube ich mir jetzt 2, 3 Monate alt ist, glaube ich mir jetzt 2, 3 Monate alt, 2, 3 Monate alt, bin mir nicht sicher, ist geschwommen, äh, ich habe hier gerade eine Mission offen und zwar, äh, was muss ich machen, ich glaube ich muss irgendwas fotografieren, ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen Gameplay zeigen, ja, nichts, nichts Besonderes eigentlich, ist jetzt auch nur ein Filler für mein nächstes Projekt, ähm, ich verrate noch nicht was es wird, aber es wird was mit Musik sein, wer hätte es gedacht, äh, ja, okay, dann, 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 okay, so, okay, wo war ich stehen geblieben, ähm, ich wollte, ja, ja, genau, also, Far Cry 3, ja, äh, das Spiel hat mir ein Freund ausgeliehen, also er hat mir seinen Newplayer-Account ausgeliehen, oh, hier ist es, er ist jetzt hier, dass ich fotografieren muss, ach komm, ich brauche Licht, ich brauche Drama, ich brauche das richtige Verhältnis, so, ja, komm, gib mir ein Lächeln, gib mir ein Lächeln, komm, Was ist das für ein Geräusch, ja, 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 so mag ich's, so mag ich's, so mag ich's, okay, jetzt muss es reichen, du kommst mal ganz groß raus, äh, ja, also, das Spiel hat mir ein Freund ausgeliehen, ausgeliehen, äh, zumindest den Newplayer-Account, und, äh, ich wollte es mal antesten, wie's so ist, und ich, und ich find's richtig geil, also, Far Cry 3, cooles Spiel, kauft's euch nicht, wie ihr wollt, ist mir eigentlich egal, ach, da ist einer, grüß dich, Ja, für mich auch, hier ist auch noch einer, ich hab die Mission nämlich schon mal gemacht, bin dann aber verreckt, war ich leicht sauer, hier war irgendwo noch einer, wo ist der denn? Ah, okay, ach, da sind noch zwei, ja, passt doch, ich hab ein Geschenk für euch, eine Granate, So, was hast du denn dabei? Oh, Batterien, kann ich immer gebrauchen, nicht, Ja, okay, ja, so, jetzt muss ich da hinten, hm, ist hier, ist hier, ist hier irgendwo ein Auto? Das wäre sehr praktisch, hey Baum, hast du ein Auto für mich? Ähm, prallen die Krünen dem ab? Äh, äh, okay, latschen, 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 ach da, okay, Äh, äh, alle überfallenen Piraten, da, da ist ein Tiger, soll der da sein? Ja, das ist aber kein Pirat, der guckt nicht an, und der kommt gleich auf mich zu, und was soll ich machen? Ah, okay, das war ein super Bild Ah, scheiße, scheiße, scheiße Ist ja immer nicht so assig, ja Hier Ich bin auch nur ein Mensch Der Gefühle hat Und du bist so ein blöder Tiger, der Vom Aussterben bedroht ist Und Ja, okay Kann ja nicht sein, ne Latschen, 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 springen What the fuck Miau Ja, schon wieder, ne Er ist da Schwamm Eh, Wasser, nass So, jetzt bin ich jetzt Bin ich jetzt wieder hier in Bat Town Äh, Bat Town Hallo Willst du mir was sagen? Willst du mir was sagen? Willst du mir was sagen? Kommt nicht so Äh, hinter dir ein Dreikämpfer Verarsch mich Der ist betrunken, ne? Hallo 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 Okay, das ist nicht sehr gesprächig Ach, hier ist der Typ Grüß dich Offroad Cool Ein bisschen Offroad Action Was ist denn das hier? Sieht aus wie ein Strip Club Club Grüß dich Das ist nicht sehr erotisch Was ist denn das denn? Weißt du den Vorgeschmack? Uns wird schon was einfallen Ja, du sprichst Ja, du sprichst gerade mit der Wand Nur mal so zur Info Ich will da Nein, ich will da hoch Jetzt lass mich da hoch Ja, ich mag dich nicht Oh, jetzt bin ich hier auf dem Loch Nein, komm, komm Ja Und, oh, mit so einem Teil Bin ich noch nicht Erstmal ein Ja, schon mir Die gleiche Animation Willst du mich verarschen? Okay, gut Mir ist auch mal passiert Dass ich mir dann Da eine Kugel eingefangen habe Aber Das ist egal Doch, mit so einem Teil Bin ich schon mal Ich weiß nicht mehr Egal Was mach ich denn jetzt? Ja, ich befreie mal Die Flöten Andersrum 500 Meter Richtung Osten Jetzt geht's ab In den Osten Oh, ein Wasserfall Oh, komm ich da durch Komm ich da durch Komm ich da durch Scheiße Ja, es bleibt mir zu mir Positiv Ich komm jetzt nicht mehr Ja, ich bin Ich könnte jetzt mal hier Grüß dich, Boden Äh, was war das? Ehe stoßen? In solchen Stoß? Äh Ah, okay Ach so Ach so Ach so Ach, das kann man machen Ach, das wusste ich nicht Okay, cool Man lernt ja nie aus, ne? Jetzt kann ich das Boot Da unten zerstören Ja, pass auf Jetzt kommt hier der Babbo Jetzt kommt hier der Babbo Schön Okay Jetzt kommt der Babbo Und Das war's verdammt nochmal Ach, ach Dort hinten ist es Ich muss mich erinnern So Okay Ach, dort hinten ist noch einer Okay Dann stelle ich erstmal ein paar Pfeile her Hier Spezialpfeile Sprengpfeile Wir müssen reichen Okay Gut Bogen Sieben Ich mach's Okay, ich mach's Gleich Nein, nicht trennen Jason, nicht trennen Geh jetzt erstmal ins Gebüsch Damit die dich nicht sehen Oh, da hinten ist ein Baum Darf ich jetzt mal einen Stein Geh dort hinten hin Mal los Wo verschanze ich mich denn am besten? Ja, scheiße, scheiße Nein, du siehst mich noch Du siehst mich noch So, der ist tot Jetzt versuch ich erstmal zum Alarm zu gelangen Ja, okay Ja, ich weiß Ich bin heiß So, wenn das jetzt nicht klappt Dann 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 dring ich mich um Ja Das hat nicht So, jetzt hat es aber geklappt Tja, ihr wisst ja nicht, von wo der Schuss kam Alarm 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 Oh, hier brennt ja gar nichts Doch, der brennt Jetzt Okay So, Kopfschuss Wie, das war's? Ja Das ist auch cool Und das Dorf brennt Gerade Ja Cool Ja Kann man machen Oh, okay Ich bin ja nicht Ich meine, das ist ja bestimmt nicht der Gegend Und dich auch Granato Cool Okay Jetzt, jetzt habe ich die Verwesen Außenposten kriegen die nicht zurück Ja Das glaube ich auch Hm Ist irgendwo ein Schatz Versteckt Ich glaube ja hier Ja Ich bin eine Muschel Ja, eine Muschel Das ist Ansichtssache Manche Muscheln sind wirklich, wirklich, wirklich schön Andere eher weniger, ne? Siehst du auch genauso, oder? Cool Gut, ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat es sehr viel Spaß gemacht Ich heile mich nochmal kurz Natürlich mit der alten Animation Okay, macht es gut Mir hat es Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Cover Bis zum nächsten Lied Tschüss